Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und herzlich willkommen zur ersten Aussaat im Jahr 2021. Wir fangen an mit der neuen Gartensaison und ich hoffe ihr seid auch so aufgeregt wie ich. Endlich geht's los und die erste Aussaat ist bei uns natürlich auch, wie bei vielen anderen, die Chili-Aussaat. Heute in diesem Video erfahrt ihr von mir alles Wichtige zur Chili-Aussaat. Ja, heute im Video erfahrt ihr von mir, wie eure Chilis am Ende der Saison richtig gut gewachsen sind und ihr eine scharfe Ernte bekommt. Viel Spaß beim Video und los geht's! So, erste Anzucht im Jahr 2021, die LED-Lichter gehen an. Ja, ich habe hier sechs günstige LED-Lichter und benutze die Anzuchterde aromatisch von Floragat. Die ist biologisch, vegan und torfrei, eine sehr schöne Erde für die Anzucht. Ich habe sechs LED-Lichter insgesamt, die günstigen 45 Watt LED-Lichter. Ich habe aber auch noch ein Profi-LED-Licht, das kommt dann aber nicht. Zum Einsatz, wenn die Pflanzen noch nicht mal gekeimt sind, sondern erst im späteren Wachstumsverlauf. Dort kommen dann später unter anderem die Chilis hin, aber auch weitere Exoten, die später ausgesät werden. Hier habe ich jetzt erstmal so eine Multitopfplatte. 11x7 sind es insgesamt, also 77 Töpfe. Da werde ich jetzt gleich die Chilis drin ansäen. Dann vorher ordentlich andrücken, ich benutze dafür immer diesen Zollstock, passt genau da in ein kleines Loch rein, dass ich das einmal andrücken kann. Beim ersten Mal drücke ich jetzt an, dann kommen die Samenkörner gleich da drauf. Dann werde ich aber nicht ein weiteres Mal andrücken, sondern anspülen. Das ist ganz wichtig, ein schöner Untergrund. Da kommen jetzt die Samenkörner drauf. In jedem so einen Pott kommt ein Samenkorn. Manchmal auch zwei, wenn ich von einer Pflanze mehr haben möchte. Da wird auch nur drin vorgezogen und bald wird dann schon pikiert. Hinten seht ihr, wir nutzen Eistiele für die nachhaltige Beschriftung. Die sammeln wir immer wieder. Manchmal kommt es auch vor, dass wir Sorten über mehrere Jahre anbauen. Dann können wir diese Eistiele wieder nutzen. Die nutzen wir auch, um die Samenkörner noch ein bisschen zurechtzulegen. Und später machen wir dann so, dass wir ein Heft nutzen. Da schreiben wir die Sorte rein mit einer Nummer. Und dann nutzen wir Wäscheklammern aus Holz mit den Nummern an den Pflanzen, um die zuordnen zu können. Bei uns wird das immer sehr, sehr viel. Mit der Ballbrause könnt ihr das Ganze jetzt noch einfach angießen. Und ja, so einfach ist die Chili-Anzucht dann auch schon fertig. Sachen für die Jungpflanzen-Anzucht habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja Freunde, das war mein Video zu Chili-Anzucht. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Infos daraus mitnehmen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.